Das, was du hier siehst, ist der zweite Teil von der Babybett-Serie. Also hier siehst du, wie ich ein Babybett baue. So, unsere Paneele sind zugeschnitten und ich möchte hier oben eine Rundung anbringen. Ich habe mir auch die Höhe markiert, wo ich ungefähr mit meinen Seitwänden hinkommen werde. Und ihr habt gerade gesehen auch schon, dass ich hier eine Linie angezeichnet habe, diese Rundung, mit hier so einem normalen Zirkel. Da komme ich aber nicht weit genug auseinander und diese ganz großen Zirkel weiß ich gerade nicht genau, wo ich sie habe. Deswegen werde ich jetzt hier mal eine etwas einfache Lösung wählen und zwar werde ich einfach mir ein Stück Schnur nehmen. Ich werde hier meinen Bleistift reinlegen. Dann habe ich hier einen Drehpunkt, den muss ich einfach mit der Schraube oben zentrig zu meinem Brett, also mittig zu meinem Brett ungefähr ausrichten. Jetzt kann ich mal schauen, wo ich da so hinkomme. Ich muss den Kreis noch ein bisschen größer gestalten. So, das passt. Und jetzt kann ich hier meine Rundung anzeichnen. Weil ich hier gerade zweimal ein bisschen verrutscht bin, ist die Linie jetzt ein bisschen breiter geworden. Hier ist aber im Prinzip eine Sache eigentlich nur wichtig. Das werde ich mir jetzt auch zusätzlich nochmal auf dem Brett markieren. Und zwar ist es einfach, dass hier diese Kanten, dass die halt eben gleich sind. Das hier ist eine Markierung von mir und da darf ich nicht drüber hinauskommen, beziehungsweise zwei, drei Millimeter Luft haben wir da auf jeden Fall. Weil wenn das hier unterschiedlich wäre, dann würde man halt einfach einen unterschiedlichen Abstand später zu meiner Seitenwand feststellen können. Wenn man es halt einfach sieht, wenn hier zwei, drei Millimeter Unterschied sind in dieser Rundung, wird das nicht so schlimm sein. Ich werde das jetzt einmal schneiden und anschließend werde ich das Ganze am Kantenschleifer einfach beischleifen. So machen wir es. Überprüfen können wir das Ganze, ob das einigermaßen symmetrisch ist, indem wir einfach mal eine Linie draufzeichnen und dann unser Werkstück nochmal drehen. Wenn die Linie dann passt, ist es symmetrisch. Das ist eine einfache Möglichkeit, das Ganze fix zu überprüfen. Und genau mit der Seite habe ich das Ganze hier übertragen. Vorher habe ich es dann gerade bei dieser Aufnahme schon einmal rumgedreht. Und deswegen kann man sehen, dass das hier ganz gut funktioniert hat. Das hier werde ich jetzt einfach zuschneiden und einfach nachschleifen. Und dann kann man sehen, dass das hier ganz gut funktioniert. Und dann kann man sehen, dass das hier ganz gut funktioniert. Die Teile für das Gestell sind jetzt auch schon mal auf die Maße zurechtgehobelt und vor allem auf die Längen geschnitten. Ich habe jetzt so ein bisschen geschaut, dass sich die Teile, die nicht so schön sind, dass die so ausgerichtet sind, dass die halt auch eben unten sind. Ich markiere das mal lieber schnell. Das wird ja später nicht vertauschen. Und hier will ich eine Langlochbohrverbindung, also mit der Langlochbohrmaschine. Oh, jetzt haben die Sprachfehler. Warte, ich öle mal die Stimme ein bisschen. Die behämmerte Tasse gibt es übrigens immer noch. Gibt es zu jeder Tasse. Gibt es zwei richtig witzige Storys. Die verlinkt ihr euch mal in der Videobeschreibung. Also, ich will mit der Langlochbohrmaschine jetzt gleich hier richtig, richtig stabile Verbinder herstellen, damit das Ganze halt einfach stabil wird. Das ist ein Gestell, da liegt ein kleines Kitty drin, das soll so stabil wie möglich sein. Deswegen werden wir hier auch zwei Flachdübel auf beiden Seiten einmal reinpacken. Und das machen wir jedes Mal an der Flachdübelfrä... Was ist denn heute los? Das machen wir an der Langlochbohrmaschine. Ich markiere das hier einmal alles. Und dann geben wir Gas. 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 Ich habe jetzt mal alles probehalber zusammengestellt und hier oben soll ja noch ein Drehgelenk reinkommen und deswegen werden wir uns jetzt hier so einen Bolzen herstellen, damit das Ganze auch funktioniert. So ein Drehgelenk reinkommen und dann noch ein Drehgelenk reinkommen. So ein Drehgelenk reinkommen und dann noch ein Drehgelenk reinkommen. So ein Drehgelenk reinkommen. So ein Drehgelenk reinkommen. Also werden wir das jetzt mal noch zusammenbauen. Jetzt muss natürlich noch die Matratze hier reinpassen. So, zum Glück alles richtig gemacht, die Matratze passt rein. So Leute, das Projekt ist fertig und hier diese Schaukelfunktion funktioniert wirklich richtig, richtig toll. Und jetzt kommen wir auch direkt mal so ein bisschen zur Auflösung, für wen dieses Kinderbettchen überhaupt ist. Denn vielleicht werden es manche schon gedacht haben, nein, für mich ist es nicht. Das Kinderbettchen hier ist nicht für mich, das ist für einen Kollegen. Da habe ich gesagt, komm, ich will sowas immer mal oder ich soll sowas immer mal bauen, weil es halt einfach ein schönes Projekt ist. Schönen Gedanken halt eben noch dran hat und jetzt mit den ganzen neuen Maschinen war das echt eine tolle Aufgabe, das herzustellen und jetzt habt ihr die Auflösung. Hier dieser Pin hier übrigens, der ist auch noch ganz, ganz wichtig, denke ich mal. Und zwar kann man damit halt eben diese Wiege arretieren, damit das Ganze halt eben nicht mehr kippelt. Also ich kann euch halt nicht sagen, wann man wie das benutzt, ob man das immer arretiert. Keine Ahnung, das ist nicht meine Aufgabe, aber für die Beise, man kann jorkeln, man kann es arretieren. Genau. So, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, weil ich richtig viel Arbeit mit den neuen Maschinen hatte es aber trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt auch echt gemerkt, dass es ein Riesenvorteil ist, wenn hier diese Hobelmaschine richtig gut funktioniert. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, ich verlinke euch oben rechts oder am Schluss von diesem Video noch ein Video, da habe ich mich hier mal die Höhlenvorstellung ganz, ganz fein eingestellt, beziehungsweise dass man sie fein ablesen kann. Das ist ein absolutes Upgrade von der Maschine, was man auch bei anderen Hobelmaschinen, ihr seht es hier so ein bisschen, auf jeden Fall noch nachrüsten kann. Das soll es heute gewesen sein und bis zum nächsten Video wünsche ich euch allen einen ganz neuen Tag. Ciao. Ciao.